Ur, der heutige Tel-El-Mukhichachar, ist eine der ältesten sumerischen Stadtgründungen und altes Zentrum in Mesopotamien. Eine Zekurat des Mondgottes Nanna gehört zu ihren wichtigsten Bauwerken. Die Anfänge der Stadt reichen bis ca. 4000 v. Chr. zurück. Sie ist heute eine bedeutende archäologische Ausgrabungsstätte. Die Stadt liegt in der Nähe der heutigen Stadt Naziria. Die Stadt. Durch diverse Ausgrabungen ist es möglich, ein recht gutes Bild vom Aussehen der Stadt zu gewinnen, die einst am Meer lag und ein wichtiger Hafen war. Im Norden der Stadt befindet sich der Bezirk des Mondgottes Nanna, der der Hauptgott der Stadt war. Hier steht die Zekurat, die von Ur-Namu um 2200 v. Chr. erbaut worden ist. Um die Zekurat herum befinden sich einige weitere bedeutende Bauwerke. Der Ichersangar genannte Palast datiert in die dritte Dynastie von Ur und ist der Königspalast von Ur-Namu und Zulgi. Das Egypa ist ein weiteres Heiligtum. Es war der Ningalge weit und datiert auch in die dritte Dynastie von Ur. Etwa 200 Meter südlich der Zekurat konnten die ältesten größeren Strukturen von Ur ausgegraben werden. Es handelt sich um die Königskräber von Ur, die um 2600-2500 v. Chr. datieren, aber Teil eines ca. 2000 Gräber umfassenden Friedhofes waren. Einige der königlichen Grabanlagen fanden sich unberaubt und enthielten reiche Beigaben. Ganz in der Nähe dieses Friedhofes fand man auch die monumentalen Grabanlagen der Könige der drei. Dynastie von Ur Im Süden der Stadt konnte ein großer Teil der Wohnstadt aus dieser Zeit ergraben werden. Die Häuser waren meist eher klein und hatten einen Innenhof. Es gibt mehrere Gassen, wobei es kaum Anzeichen einer Stadtplanung gibt. Nach der dritte Dynastie von Ur verlor die Stadt stark an Bedeutung. In der Kassidenzeit ist das Nana-Heiligtum renoviert worden. In der Zeit der Assyrer-Herrschaft gibt es weitere Renovierungsarbeiten. Eine letzte kleine Blüte erlebte die Stadt in neubabylonischer Zeit. Der Nana-Bezirk wurde stark erweitert und erhielt eine mächtige Mauer. Im Norden der Stadt wurde ein großer Palast für Belschalti-Nana, einer Tochter von König Nabonide, errichtet. Ausgrabungen Noch Mitte des 19. Jahrhunderts stand an der Stelle der früheren Stadttour eine gut erhaltene Zikkurat. Der als Tel Al-Mukhaia bekannt war, der Stufenhügel, dieser Turm war eine Kultstätte für den Mondgott Nana. Er war kleiner als die babylonische Zikkurat. Die Grundfläche war 55 mal 40 Meter. 1854 kam eine britische Karawane unter Führung des Konsuls in Basra nach Ur, um nach Schätzen für das britische Museum in London zu suchen. John George Taylor ließ den Stufenturm von oben her abtragen und fand schließlich einige Tonzylinder mit in Schriften. Die jedoch in jener Zeit angesichts bedeutender Funde in Nordmesopotamien verblassten, so gaben die Briten ihre Anstrengungen zunächst auf. Danach nutzten örtliche Araber die Ziegel der Zikkurat als Baumaterial. Unter den Offizieren der britischen Truppen, die im Ersten Weltkrieg Richtung Bagdad marschierten, war Reginald Campbell Thompson. In Friedenszeiten Assistent im Britischen Museum. Auf seinen dringenden Bericht nach London angesichts des verfallenen Bauwerks und der vermuteten Siedlungsruinen wurden die inzwischen in Vergessenheit geratenen Tonzylinder genau untersucht. Nun erst stellte sich heraus, dass es sich hier um das biblische Uhr handeln musste und dass der babylonische Herrscher Nabonid die Zikkurat im 6. Jahrhundert vor Christus renoviert hatte. Viele weitere Keilschrifttexte bestätigten, dass Uhr eine der wichtigsten Städte der Sumerer war. Unter den dort gefundenen Tontafeln waren einige, die für den Unterricht in Keilschrift verwendet wurden. Anderen ist zu entnehmen, dass die Schüler Multiplikations- und Divisions-Tabellen hatten und mit Quadrat- und Kubikwurzeln rechneten. Bei vielen der Tafeln handelt es sich um Geschäft zu erkunden. 1922 kam eine Expedition des Archäologen Leonard Wohli nach Uhr und begann mit systematischen Ausgrabungen auf dem Tell. Wohli gruppiert zwölf Winterhalb Jahre. Er grub auch den sogenannten Königsfriedhof von Uhr aus. Unberührt fand er aber nur noch die Grabkammer der Königin Puabi, die mit 23 reich geschmückten Dienerinnen bestattet worden war. Die Königin hatte reiche Grabbeigaben aus Gold, Lapislazuli, Achat und Kaneol. König Mesilim von Kais trug einen papierdünnen Goldhelm und einen goldenen Dolch mit einem Knauf aus einem Lapislazuli. Das bekannteste Fundstück der Grabungen ist ein Stierkopf aus getriebenem Gold, verziert mit blauem Lapislazuli. Er saß als Verzierung auf einer Harfe. Archäologie Die ältesten Siedlungsreste in Uhr stammen aus der späten Ubei-Zeit. C. L. Wohli grenzt die Abfolge der Besiedlungen für diese Periode hauptsächlich anhand von Schichten in der Sonditsch, die als Pt. F. bezeichnet wird, ab. Aus der von ihm definierten Ubei-Di-Phase stammen die Überreste eines Dorfes, das aus Schilfhütten bestand. Zu den Kleinfunden zählen bemalte Keramik- und Steinartefakte, darunter Obsidian-Gerät. Fragmente von Steingefäßen und Perlen sowie Werkzeuge aus gebrannten Ton. Außerdem kamen dort anthropomorphe Terrakotta-Figurien mit charakteristisch reptilienähnlichen Gesichtszügen zutage. Diese Siedlungsschichten waren durch eine 3,5 Meter Schwemmschichten bedeckt. Wohli hielt sie für einen Beweis der biblischen Sintflut und erbrachte sie mit dem Geek Games Epos in Verbindung. In den Schwemmschichten wurden zahlreiche Bestattungen freigelegt, die der Ausgräber in zwei Gruppen unterteilte. Die Toten aus der älteren Periode lagen in unterschiedlicher Ausrichtung auf dem Rücken. Ihre Arme waren seitlich angelegt, Hände über dem Becken gefaltet. Die Skelette der jüngeren Bestattungen lagen in der seitlichen Hockerstellung und waren eingewickelt in Schilfmatten. Auch in anderen Sondagen fand Wohli Belege für die Besiedlung dieser Periode. Der Übergang der Ubeid-Zeit in die Uruk-Zeit ist in den einzelnen Schichten des Schnittes F südlich der Zirkurat. Anhand der dortigen Keramikriste gut nachvollziehbar, in der tiefsten Schicht befand sich die typische Ubeid-Keramik. Darüber erstreckte sich eine Schicht, in der sowohl Ubeid- als auch Uruk-Gefäße vorkommen. Die darauf folgende Schicht enthielt die auf der Töpferscheibe gedrehte Uruk-Keramik und die für diese Zeit charakteristischen Glockentöpfe. Zwischen 5,50 m und 9,50 m Tiefe wurden in der Sonde scheinige Runde Brennöfen freigelegt, die auf eine Töpferei hindeuten. Einer von ihnen enthielt mehrere Glockentöpfe in situ. Des Weiteren wurden auch Objekte und Installationen gefunden, die zur Herstellung von Keramik dienten. Eine Töpferscheibe und rundes Becken für die Aufbereitung von Ton- sowie Produktionsabfälle. Neben Glockentöpfen kamen Töengefäße und Henkelbecher zum Vorschein. In der Nähe der Zikkurat kamen auch Mosaikstifte ans Licht, mit denen monumentale Kultbauten der Uruk-Zeit dekoriert wurden. Sie beweisen, dass auch in Ur zu dieser Zeit öffentliche Gebäude existierten. Die Funde, die Uli in die Gamda-Nasr-Zeit datierte, die aber nach dem heutigen Kenntnisstand zum Großteil als frühdynastisch gelten. Beschränken sich in Ur auf wenige Sondagen, in ihnen wurde ein Friedhof angeschnitten, die 370 sogenannten Gamda-Nasr-Gräber. Die Bestatteten befanden sich in seitlicher Hockerlage, oft hielten sie einen Becher in der Hand nahe dem Gesicht. Neben der Keramik wurden auch Steingefäße, einige Kupferschüsseln, Silberohrringe und weitere metallene Alltagsgegenstände gefunden. Über den Gräberhorizont gehen die acht sogenannten Ziel-Impression-Stratter hinweg. Diese Stratter bestehen aus Geröllschichten gekennzeichnet von Ach-Aschentafeln, Tonsiegelungen und Keramik. Sie datieren von der frühdynastischen Zeit I, die auch die typischen solid-footed Goblets enthält, bis hin zur frühdynastischen Zeit III, welche am besten durch die Funde im Königsfriedhof repräsentiert ist. Die Königsgräber von Ur entdeckte Uli 1922 bei dem Versuch eine von Nebukadnezar II. erbaute Teminus-Mauer des Tempelkomplexes durch Suchschnitte zu erfassen. Die im Südosten des Teminus gefundenen Gräber wurden inmitten eines neun Meter starken Pakets aus Schutzschichten gefunden. Sie gehörten zu einem Friedhof, auf welchen Bestattungen von der Akkad bis zur UII-Zeit durchgeführt wurden. Unter den fast 2000 sogenannten Privatgräbern befanden sich 16, welche als Königsgräber bezeichnet werden. Durch die auf dem Friedhof gefundenen Rollsiegel- sowie Siegel-Apollungen ist ersichtlich, dass die Königsgräber in Verbindung mit der I. Dynastie von Ur stehen, die in der sumerischen Königsliste erwähnt ist. Bis auf das Grab von Prinzessin Puabi bleiben sie gänzlich anonym. Aus diesem Grund und wegen der problematischen stratigraphischen Lage der Gräber zueinander ist es schwierig, eine zeitliche Abfolge für die Gräber zu erstellen. Hans J. Nissen versuchte anhand von Siegel-in-Schriften und stilistischen Vergleichen Klarheit in die Materie zu bringen, während Susanne Pollock dafür die Keramik-Scheriation und die gut stratifizierten Befunde heranzog. Die Ergebnisse der beiden Untersuchungen reichen jedoch nicht aus, um eine genaue Chronologie der Grabanlagen zu erarbeiten. Bei den Königsgräbern handelt es sich um Gefolgschaftsbestattungen, bei denen das verstorbene Mitglied der Herrscherfamilie zusammen mit zahlreichen Dienerinnen und Dienern bestattet wurde. Sie wurden nach einem ähnlichen Grundschema angelegt. Der Haupttote lag in einer Gruft am Boden eines tiefen Schachtes, der über eine Rampe erreichbar war. Manche Grüfte bestanden aus mehreren Grabkammern. Sie wurden aus Sandstein, gebrannten und luftgetrockneten Lehmziegeln gebaut, als Mörtel verwendete man Lehm, Gips und Bitum. Sowohl in den Kammern als auch auf den Rampen lagen Überreste des königlichen Gefolges bis zu 70 Individuen, meistens Frauen. Die Gräber waren reich mit kostbaren Beigaben ausgestattet. Gefäße und Waffen aus Edelmetallen, Fragmente von Möbeln und Musikinstrumenten mit dekorativen Einlagen, Rollsiegel, Schmuck und Alltagsgegenstände. Allerdings war nur eines der Königsgräber, das erwähnte Grab der Prinzessin Puabi, ungeplündert. Die Fundstücke aus dem Friedhof kann man heute in den Museen in Bagdad, London und Philadelphia bewundern. Dynastien von Ur, Bibel Nach der Überlieferung des Alten Testaments der Bibel stammt der Patriarch Abraham aus Ur.